Musik Es sind ca. 800 Kakteen, die umziehen werden. Die meisten als Pflanze im Topf. Aber wir mussten auch viele Stecklinge schneiden, wo dann wieder neue Pflanzen gezogen werden. Also es sollen möglichst alle Kakteen umziehen. Ca. 800 Stück werden das insgesamt sein. Die habe ich aus dem Beet rausgenommen und habe sie wieder frisch eingetopft. Musik Da müssen wir zum Teil die vorher einpacken und die mit zwei, drei Mann dann umlegen oder ein Gestell rundherum bauen. Je nachdem. Die größten Kakteen werden vorher in eine große Holzkiste mit einem Transportgerüst gebracht. Musik Ich nenne vielleicht mit zehn Prozent, die den Umzug nicht schaffen. Also die dann durch irgendwelche Krankheiten und Beschädigungen ausfallen. Musik Wir haben das selber noch nicht gemacht. Aber wir haben uns Rad in anderen botanischen Gärten geholt, wie z.B. in Berlin. Wir waren als letztes jetzt in Köln in der Flora. Musik Die Weite des Hauses, die Felsen und so und dass da mehr Platz ist halt. Das wird schon spannend, das Ganze. Musik Musik